Dies ist eine Information der Stadt Bern. Die Stadt Bern hat eine Fachstelle Stalking-Beratung. Stalking bedeutet nachstellen, auflauern. Erhalten Sie belästigende Telefonanrufe zu jeder Tages- und Nachtzeit. Werden Sie mit Briefen, SMS oder Mails überhäuft. Werden Sie in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter belästigt oder bloßgestellt. Stellt Ihnen jemand nach? Am Telefon, per Mail oder in einem vertraulichen Gespräch bei uns auf der Fachstelle können wir über Ihre Situation sprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Wie können Sie sich am besten schützen gegen weitere Stalking-Handlungen? Welche Massnahmen sind in Ihrer Situation sinnvoll? Kann Stalking angezeigt werden? Diese und viele weitere Fragen können Ihnen die Mitarbeiterinnen der Fachstelle beantworten. Ist ein Freund, eine Freundin oder eines Ihrer Familienmitglieder von Stalking betroffen? Dann können Sie sich auch bei uns melden. Auch andere Fachstellen oder Mitarbeitende der Verwaltung können sich bei uns melden und sich beraten lassen. Der Kontakt mit uns ist kostenlos und vertraulich. Telefon 031 321 68 97, Mail stalking at bern.ch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ein paar? Rod万berlin bereits W